Die Einfahrt in Bad Füße sind gigantisch. Hier in Holfeld ist Frühstück. Klasse. Eine große Familie. Die Holfelder sind supergeil. Radio und Ende. Die Einfahrt hinauf in der Heimatstadt. Karl Forster. Mein Höhepunkt war dieses Jahr, dass ich überhaupt mitgefahren bin. Das war nämlich mein erstes Mal. Und wie war es? Es war wunderbar. Was war das Schönste? Man kann sogar in den Turnhallen schlafen. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Wie war die Jubiläumstour? Die Jubiläumstour. Einmal wunderschön zurückgeschaut. Die ganzen 30 Jahre. Wie schön das war. Wie toll. Das Erlebnis ist echt mega geil. Es gibt nichts besseres im Jahr. Bist du süchtig danach? Wie eine Droge. Eine Droge, die man jedes Jahr braucht. Warne Klobrillern, überfüllte Hallen, schnarrende Leute. Man braucht das eine Woche. Wunderbar. Das Erlebnis ist wohl egal. Das war правда sehr schön. Ich bin jeden Tag liefisch. Wie gut. Norbert Erlebnis flower. Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020